Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6746 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Für heute ist genug Brennholz da. Wir haben es in der Nähe des Hauses gestapelt. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Das Wasser kommt von links. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Das Wasser kommt von links. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Das Wasser kommt von links. Wenn die Milch drin ist, muss alles gut umgerührt werden. Dann werden die anderen Zutaten hinzugefügt. Du hättest nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Bist du stolz auf mich? Du hättest nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Ein Geheimnis ist wie ein magischer Schatz, den wir für uns behalten. Ein Geheimnis ist wie ein magischer Schatz, den wir für uns behalten. Meine Freundin hat mir dieses Serum für die Gesichtspflege empfohlen. Lass mich damit in Ruhe. Lass mich damit in Ruhe. Lass mich damit in Ruhe. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Das ist ganz allein deine Sache. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like.